Ich, Sandro Botticelli, ich zweifle. Wird die Welt erkennen, was ich erschaffen wollte? Wird sie es sehen? Das Hässliche. Die Verdammnis. Das Inferno. Der Vatikan. Er beschützt die Karte der Hölle. Das kaum gesehene Meisterwerk des Sandro Botticelli. Die Mappa dell'Inferno. Die Geschichte von Botticellis Kunstwerk ist voller dunkler Seiten und Geheimnisse. Der Künstler der Schönheit. Doch warum bringt er vor mehr als 500 Jahren Abgründe und Verderben auf Pergament? Ich sehe mehr als ihr. Ich, Sandro Botticelli. Eine Suche beginnt. War es die Hölle für den Künstler Sandro Botticelli? War seine Kunst deshalb für viele hundert Jahre verschollen? Wo tauchte sie wieder auf? Entdecken Sie mit uns eines der magischsten Kunstwerke der Geschichte. Die Hölle, durch die wir alle gehen. Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Hölle des Sandro Botticelli. Ihr verdorbenen Seelen seid gewahr. Den Himmel je zu sehen, braucht ihr eh nicht zu hoffen. Dorthin in ewige Grausamkeit. In Feuer. Ins Eis. Botticelli. Inferno. Wir kommen alle in die Hölle. Im Kino. Im Kino. Im Kino. Im Kino. Im Kino. Im Kino.